Tag, die Herren! Oh, shit! Herr Schimanski, ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Sie haben ab sofort nichts mehr mit dem Fall zu tun. Die Ermittlungen übernehmen wir. Ach, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört, was? Nein, nein, ist klar, ist klar, ist klar, ich meine, ihr, ihr vom Bundeskriminalamt, die habt doch viel größere Erfahrungen als wir, kleinen Fuzzis, eben. Heikle Fälle, unter den Teppich zu kehren. Was für Trouble, John? Das ist kein Trouble, um Gottes willen, kein Trouble. Nein, nicht mit uns. Für die Scheiße im Mittleren Osten, da seid ihr zuständig, ja? Und es dürfte auch bleiben. What did you say? Hört mal auf, ich will es Ihnen erklären, also so gut ich kann, ja? Für mich ist die ganze Welt ein großer Arsch. Und die rechten Arschbacke, das sind die Amerikaner, ja? Die linken Arschbacke, das sind die Russen. Und wir hier in Europa, wir... Wir sind das Arschloch. Herr Schemanski, bitte. What did you say? Ah? Nothing. Arschloch? Ja. Asshole. Midnight.